In so einer langen Verletzungspause gibt es gute und weniger gute Tage, sage ich jetzt mal. Die Herausforderung ist es, stets positiv zu bleiben. Eine sehr lange Leidenszeit mit Höhen und Tiefen, aber ich bin froh, dass ich das alles hinter mich gemacht habe. Ich habe dann auch mal die ganzen sechs Monate Revue passieren lassen in meinem Kopf. Und im Moment, wo es dann rausging und der Schiedsrichter angetriffen hat, habe ich einfach versucht, alles zu gehen. Bis zum nächsten Mal.